In meinem heutigen Video habe ich dem Investor und langjährigen Börsianer Christian Röhl eure Fragen gestellt, die ihr uns vorher per Instagram zugeschickt habt. Ich habe ihn gefragt, welcher der nächste Ten-Bagger ist, was dabei lang und schwarz los war, eine Aktie, die wirklich eine riesen Achterbahnfahrt hingelegt hat, wie die ganze Thematik rund um deutsche Wohnen enteignen, einzuschätzen ist, ob mit der neuen Regierung jetzt Cannabis-Aktien interessant sein könnten und wie er zur Dividenden-Strategie für junge Leute steht. An dieser Stelle noch ein ganz kurzer Hinweis auf unser Buch. Wenn ihr das vorbestellen möchtet, findet ihr unten in der Videobeschreibung einen Link dazu. Und jetzt viel Spaß beim Video. Okay, Christian, wir haben jetzt ein paar Fragen aus Instagram. Wir haben aufgerufen, dass die Community uns Fragen für dich stellt. Es sind über 100 Frageneingänge. Ich habe mal ein bisschen vorgefiltert. Zum Thema Bitcoin haben wir schon mal darüber gesprochen. Und ihr hattet jemand gefragt, du machst ja ab und zu auch mal ein bisschen Investment-pornografische Inhalte. Was sind deiner Meinung nach die Ten-Bagger der nächsten zehn Jahre? Investment-pornografische? Ja, das ist in der Tat. Also ich mag dieses Wort Ten-Bagger, mag ich eigentlich gar nicht, weil Ten-Bagger hat man dann irgendwann, wenn man einfach geduldig investiert. Das ist schon mal sehr wichtig. Also wer nach einem Verdoppler immer verkauft, weil er sich selber belohnen will, der wird nie einen Ten-Bagger haben. Ja, und wer immer irgendwie alles, was gut läuft, runterrebalanced, der hat zwar vielleicht irgendwann Ten-Bagger, aber der hat dann kaum noch Kohle drin. Dann ist es auch egal. Insofern ja, also Ten-Bagger ist halt eher ein Thema für Unternehmen mit einem großen Zukunftspotenzial. Ich habe dazu bei EchtgeldTV einmal im Jahr mit Tobias eine Sendung. Ich glaube nach wie vor, dass es eine ganze Reihe von Softwarefirmen gibt, die da Lösungen haben. Einer unserer Kandidaten vor zwei Jahren war TradeDesk. Das sehe ich nach wie vor so. Ich hatte vor zwei Jahren eine Volkswagen als Ten-Bagger-Kandidat, wo natürlich viele gesagt haben, Oh Gott, vor zwei Jahren? Ja, Oh Gott, was ist, also mitten am Horizont von zehn Jahren, Oh Gott, was ist das denn, eine Volkswagen nie im Leben? Das ist natürlich auch der Einstieg. Gut gelaufen. Damals ist es ein sehr niedriger Kurs gewesen. Man muss mal gucken, Volkswagen einfach, du kannst es ja nicht im Vorhinein sagen, Ten-Bagger. Aber da sind gewisse Dinge drin, wo du sagst, okay, der Kurs war sehr niedrig und eine sehr, sehr konsequente Strategie. Also ich will nicht sagen, dass dies All-In spielt. Das würde ihn zu sehr als Zocker charakterisieren, was nicht stimmt. Aber es ist schon so, sie legen sich auf eine Antriebsart fest. Sie wollen einen E-Mobility-Konzern daraus machen. Und wenn sie das gut machen, dann hat diese Aktie natürlich wirklich immenses Potenzial. Ja, mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis, was im einstelligen Bereich ist. Aber also da muss ich sagen, bei aller Liebe für Reichweiten, Generierung und Investmentpornografische Inhalte, also ich werde jetzt sicherlich nicht irgendwelche Aktiennamen raushauen. Okay. Was ist los bei Lang und Schwarz? Habt ihr auch mal was drüber gemacht? Naja, Lang und Schwarz hat die letzte Zeit sehr, sehr stark profitiert vom Boom. Der Trading-Apps. Der Trading-Apps und natürlich auch der Wikifolios. Dadurch hatte man sich darauf eingeschossen, dass es richtig fette Dividenden gibt und dass alles sehr, sehr entspannt wird. Und nun haben sie eine Steuerprüfung, haben eine Rückstellung bilden müssen, wo hinter vielem erstmal ein Fragezeichen steht. Das ist von den absoluten Zahlen her für Lang und Schwarz aus dem operativen Geschäft natürlich gut zu stemmen. Kommunikation war halt sehr, sehr ungünstig. Hört zu der Hauptversammlung per Talk-Mitteilung abgesagt. Genau. Und so was nährt einfach immer, ja, auch Misstrauen. Und dann sind wir wieder bei dem Thema Bewertung. Ja, dann fragt man sich ja, warum die Aktie, die hat bei dem Gewinn, müsste sie doch eigentlich viel höher stehen. Ja, es fehlt einfach da das Vertrauen und da sieht man einfach Misstrauensabschlag. Und da das Ganze natürlich auch wieder mit Cum-Ex noch zusammenhängt, wird dieser Misstrauensabschlag so schnell nicht rausgehen. Also das ist für denjenigen, der diese Aktie hat, im Rahmen des Investment-Case unter Umständen ein Grund zu sagen, nee, da Kommunikation, Vertrauen fehlt mir hier. Ich kenne einige Leute, die das genauso gemacht haben, die sagen, ich gehe da raus. Raus, okay. Vielleicht nochmal als kleine Zusammenfassung, was passiert ist. Also Lang und Schwarz hat eine ziemliche Kurs-Rallye über zwei, drei Jahre mindestens gehabt. Und dann kam auf einmal eine Ad-Hoc-Meldung raus, dass gigantische Steuerrücklagen gebildet wurden oder Rücklagen für eventuelle Steuerzahlungen. Weißt du, in welcher Höhe das war? Ich glaube, 45 Millionen. 45 Millionen. Und gleichzeitig wurde die Hauptversammlung abgesagt, der Kurs ist 40, 50 Prozent im selben Tag runter. Ist jetzt langsam wieder so nach oben, aber halb nicht mehr auf das Seite. Das Vertrauen muss dann langsam wiederkommen, aber das dauert halt. Und gerade in der Finanzbranche und gerade auch bei den günstigen Bewertungen, dann gibt es ja Leute, die gucken sich halt dann mal so Langfrist-Charts an. Und wir hatten ja schon mal eine Phase so um 2000, wo die Makleraktien auch schon alle super gelaufen sind. Aber auch da waren die Erträge nicht nachhaltig. Das ist immer jetzt so die Angst, die da mitschwingen. Das zieht natürlich auch den ganzen Sektor nach unten. Wenn man sagt, ach Mann, am Ende sind das wieder diese Finanzkasper und es bleiben dieselben. Und Cum-Ex vor allem noch drin. Hast du auch angesprochen. Ja, Cum-Ex ist halt... Da weiß ja auch keiner, was dahinter steckt. Also was im Endeffekt passieren wird. Ja, man bekommt halt wirklich inzwischen den Eindruck, dass bei Cum-Ex sehr, sehr viele Spieler der deutschen Finanzszene, und man muss das wirklich spielenden, aktiv waren, das hat ja nichts mit investieren zu tun, sondern das ist entweder eine Zockerei, wenn man die zugrunde liegenden Geschäfte ansieht, beziehungsweise es ist von der Intention her einfach Betrug, ja. Weil, also das muss auch jedem, also es ist ja auch so, dann sind ja Fonds auch verkauft worden, die diese Strategie umsetzen, ja. Und also jeder, der zwei und zwei zusammenzählen kann und der auch mal irgendwie eine Million hat, um in so einen Fonds zu investieren. Und da sind ja auch ein paar große Namen dabei gewesen, die mal durch die Presse geisterten. Da muss ich einfach sagen, also wenn da drin steht, also man zahlt was einmal und lässt sich das aber dann zweimal erstatten, hey, das klingelt sofort, ja. Und wer das als Investor damals mitgemacht hat, sorry, da muss ich sagen, da ist einfach der Kompass verloren gegangen, ja. Und das ist ein staatsanwaltliches Thema, sicherlich, aber da gibt es auch einfach bei Leuten eine gewisse moralische Verantwortung. Ja, finde ich auch sicherlich. Christian, du legst Geld für dich selbst an, wann kommt dein Fonds? Du könntest ja eigentlich auch Geld von anderen Leuten einsammeln und sie genauso anlegen wie dein eigenes. Ja, aber ich lege mein eigenes Geld an, da bin ich auch nur mir selbst, beziehungsweise im Extremfall meiner Frau und irgendwann perspektivisch meinem Sohn Rechenschaft schuldig. Und dann war es das auch. Ich habe vor über zehn Jahren für die DWS Fonds beraten, Allokationen beraten für die Deutsche Bank, für die ABN AMRO Bank, für die Royal Bank of Scotland. Bin there, done that sozusagen und kenne auch die Zwänge, die dahinter stehen, nämlich einerseits eine Strategie durchzuhalten und andererseits auch immer Erwartungen, die auch aus einer öffentlichen Präsenz resultieren, zu befriedigen. Es ist ein extrem schwieriger Zielkonflikt und ich bin wirklich froh, dass ich da sehr souverän sein kann und sage, das ist hinter mir. Ich bewundere jeden, der erfolgreich einen Fonds über längere Zeit führt, einen aktiven Fonds, wie beispielsweise der Roger Peters mit dem Fonds für deutsche Aktien, dem Pleitekonzept oder beispielsweise auch jetzt der Jan Beckers mit dem BitGlobal, der aus dem Venture Capital Startup Incubation kommt und dann plötzlich den erfolgreichsten Fonds Deutschlands macht mit Technologieaktien. Das ist ganz großartig. Aber er macht es ja auch so, dass er einfach investiert und sehr wenig darüber redet. Wenn du dann jetzt die Herausforderungen siehst für Frank Thelen, der ja eine ganz andere Medienpräsenz hat, jetzt auch mit einem Fonds draußen ist, wo man halt ständig dann abgleicht. Er sagt in der Öffentlichkeit das, passt das eins zu eins zu dem Fonds. Und das ist extrem schwierig und da kann man ihm und den Anlegern natürlich nur wünschen, dass er diesen Zielkonflikt lösen kann. Aber auch gerade eine Frage gewesen, was deine Meinung zum Frank Thelen Fonds ist. Ich fand es Wahnsinn, was über Frank Thelen an Häme ausgekübelt wurde. Als er das bekannt gegeben hat. Als er das bekannt gegeben hat, wie viele Kommentare da waren mit Blick auf Wirecard. Frank Thelen hat ja wohl bei Wirecard investiert, aber er hat ja auch zum Beispiel immer bei Tesla, das war ungefähr so zur gleichen Zeit. Und da muss ich einfach sagen, also wenn du einfach nur diese beiden jetzt mal nimmst und du hast dein Portfolio vor drei Jahren 50% Tesla und 50% Wirecard gemacht. Du hast mit diesem Portfolio jeden Index geschlagen. Weil eine Aktie kann halt nur 100% verlieren, kann sich aber siehe Tesla vervielfachen. Entscheidend ist halt, dass man, wenn man solche Wetten eingeht, die Wetten breit streut. Dass man nicht irgendwie so ein Indexportfolio hat und dann eine einzige Wette eingeht. So wie Albrecht von der DWS, der bei Wirecard quasi all in gegangen ist, über 10% des Fondsvermögens durch Derivate-Konstruktionen da noch drin. Und die Wette ist daneben, das ist schändlich. Wenn du aber sagst, ich habe ein Portfolio, wo 30 Werte drin sind, das sind 30 Wetten, die auch nicht korrelieren, weil ich nicht nur auf einen Technologietrend setze, dann kann das durchaus sein, dass zwei, drei davon Pleite gehen. Das ist ja wie im Venture Capital auch. Und ich bin einfach der Meinung, so gewisser Phrasendrescher, Bullshit, Disruptive hier, das brauche ich nicht. Das gehört irgendwie so klappern zu. Das ist aber ziemlich voll davon. Ja, das muss ich sagen. Also ich fand, den besten Begriff fand ich, ich glaube, dass in den nächsten 20 Jahren jede Branche disruptiert werden wird. Ja, das passiert, sorry, seit Jahrhunderten, es ist alles disruptiert worden. Ja, irgendwann ist auch das Fräulein vom Amt disruptiert worden und es gab Telefonanlagen. Ja, die Busstrommel ist auch mal disruptiert worden. Also das ist, da ist mir zu viel Tralala drumherum. Aber ansonsten haben wir hier jemanden, der klare Sprache spricht, der Erfahrung hat im Venture Capital, der jetzt den Mut hat zu sagen, hey, ich setze meine Reputation und meinen Namen voll ein für einen solchen Fonds. Ja, dann muss man einfach mal sagen, hey, dann reden wir doch mal in einem halben Jahr oder in einem Jahr über die Investment Cases. Und ansonsten heißt es erst mal viel Erfolg. Ja, viel Erfolg für Frank Thelen, aber viel Erfolg natürlich auch für die Anleger, die ihm ja einen Vertrauensvorschuss geben. Ja, und das sehe ich wertnotal, aber nur, dass man jemandem, der ein Gründungsprojekt startet, Erfolg wünscht, das, finde ich, gehört sich einfach so. Und den Punkt, den du gesagt hast, finde ich aber ziemlich interessant. Also was sagt die Person in der Öffentlichkeit, also wofür sie steht und wie handelt sie im Endeffekt mit dem Fonds? Ein Konflikt könnte ja beispielsweise Linium sein, also dieses Startup, wo er ja, Startup ist schon fast ein bisschen Understatement, aber diese Firma, wo er quasi rein investiert hat als Venture Capitalist, die jetzt per Spec an die Börse gehen will, oder ist sie schon? Die ist schon gegangen, die ist schon notiert inzwischen. Der Deal ist vollzogen. Das heißt, er müsste eigentlich da rein investieren mit seinem Fonds. Ja, aber das sind natürlich dann Interessenskonflikte und das ist natürlich auch wieder so eine Herausforderung. Wenn du aus dem Venture Capital Bereich kommst, dann sitzt du mit sehr wenigen Leuten am Tisch. Du hast direkten Durchgriff auf eine Firma. Wenn du in eine öffentlich notierte Firma investierst, hast du diese Durchgriffsmöglichkeiten nicht, weil der Fonds wird ja jetzt nicht diese Volumina haben, dass er da maßgebliche Positionen erwerben kann. Teilweise ist das ja auch rechtlich gar nicht zulässig aufgrund der Konzentrationslimite. Insofern ist man da schon deutlich passiver. Da kann man zwar viel erzählen, aber man hat nicht diese Durchgriffsmöglichkeiten. Das sind viele, viele Themen, von denen man jedes einzelne als Argument geben kann, warum man jetzt dort nicht investiert. Das kann ich völlig nachvollziehen. Beckers hat gezeigt, es kann funktionieren, den Transfer aus der Start-up-Welt in die Welt der börsennotierten Unternehmen, weil er die Analyse-Tools scheinbar perfekt angepasst hat und ein großartiges Team aufgebaut hat. Das heißt, es kann funktionieren und wir werden bei Frank Thelen sehen, ob es funktioniert. Der ist jedenfalls jetzt im Schlaglicht der Öffentlichkeit. Da ist eine mutige Entscheidung. Eine weitere Frage. Grüne und FDP sind wahrscheinlich jetzt in der Regierung. Macht das Cannabis-Investments attraktiver? Bei uns in Deutschland, oder ist das nicht dein Thema? Da muss ich wirklich sagen, das ist so für mich überhaupt nicht mein Thema. Auch aus Investoren-Sicht. Ja, nee, also überhaupt nicht. Also das sind jetzt, also warum investiere ich in bestimmte Unternehmen? Weil ich in der Regel dann zwei Sachen sehen möchte, abseits jetzt mal von Zahlen oder von Dividenden oder sowas. So ein Ansatz möchte ich eine Equity-Story haben, mit der ich mich in irgendeiner Form identifizieren kann. Oder ich möchte einen Markt haben, wo ich sage, okay, also der Markt an sich wird schon laufen, sodass sie eigentlich gar nicht so viel richtig machen müssen. Hauptsache, sie sind kein Dummdödel und machen alles Mögliche falsch. Und da ist einfach bei Cannabis bei mir das Thema. Ich habe kein Gefühl für diesen Markt. Ich bin sowieso im Healthcare-Bereich eigentlich abseits von reinen Dividenden-Plays wie Johnson & Johnson als Dividenden-Aristokrat eher bei gemanagten Lösungen wie in der BB Biotech als Investment AG. Und da muss ich sagen, Medical Cannabis oder sowas ist überhaupt nicht mein Kompetenzbereich. Da kannst du mich genauso nach Spieleaktien fragen. Immobilien ist aber trotzdem dein Ding. Du bist ja bei verschiedenen Reads, hast du gesagt, sprichst du, also nimmst du an der Hauptversammlung teil. Jetzt sind wir hier in Berlin. Wie stehst du zum Thema Deutsche Wohnen enteignen? Kannst du uns da mal so deine Sicht zugeben? Gut, also das ich jetzt nicht sage, finde ich gut. Kann man sich wahrscheinlich vorstellen. Könntest du doch sagen, weil wenn es teuer abgekauft wird. Ja, genau. Also ich meine, das hängt immer vom Preis ab, was die Deutsche Wohnen kriegt. Aber ich sehe das ja natürlich auch als Berliner. Ich lebe ja auch in dieser Stadt und mein Sohn wird ja auch in dieser Stadt groß. Und ich möchte natürlich, dass diese Stadt lebenswert bleibt und vor allen Dingen lebenswerter wird. Und ich habe die Logik hinter diesem Projekt Deutsche Wohnen enteignen nicht verstanden. Das ist ja ein linkes Projekt, links induziert. Und was wollen die machen? Die wollen den Kapitalisten, den bösen Jungs, den Immobilien, Haien, Mietspekulanten von der Deutschen Wohnen und anderen jetzt Milliarden in den Rachen schmeißen. Die man gar nicht hat, sondern die man über Jahre hinaus finanzieren muss. Generationen werden diese Schulden abtragen müssen. Und man schmeißt denen das Geld in den Rachen und man kriegt keine einzige Wohnung mehr. Das ist für mich nicht nachvollziehbar. Da entsteht kein neuer Wohnraum. Ich kann die Logik dahinter nicht kapieren. Für mich wäre das allerlogisch zu sagen, hey, Berlin, trotz allem Desaster, hat eine witzig gute Kreditwürdigkeit. Wir nehmen jetzt Kapital auf. Wir nehmen ein Teil vom Tempelhofer Feld. Wir schreiben dafür einen globalen Architektenwettbewerb aus für das urbane Wohnen im 21. Jahrhundert mit Vertical Farming, mit modernsten klimaschonenden Technologien, mit sozialen Konzepten. Und wir wollen, dass hier in Berlin bezahlbarer Wohnraum der Zukunft State of the Art entsteht. Wir sind ein Ideenlabor für urbanes Leben im 21. Jahrhundert. Das fände ich super. Und dann wird es so lange gebaut wie der BER. Ja, nein, das hat man ja vielleicht. Ich meine nur, wenn du es in die öffentliche Hand geben willst. Nein, nein, nein. Also nein, man finanziert das und man macht doch Projekte überall auf der Welt als Public-Private Partnerships. Und das kann man ja auch hier machen. Es gibt ausreichend gute Konzessionäre. Aber dass man da einfach auch in der Stadtentwicklung nicht den Ehrgeiz hat, das ist wirklich tragisch. Sondern dass wir hier auch scheinbar Parteien haben, die Berlin nicht als Versuchslabor für urbanes Leben, State of the Art, klimaschonend haben wollen, sondern als Versuchslabor für irgendwelche ideologischen Spielchen, die man am liebsten unter Rot-Rot-Grün dann auf ganz Deutschland ausgedehnt hätte. Da sind wir dem Teufel so gerade von der Schippe gesprungen. Aber ich verstehe es einfach nicht. Okay, ja. Gute Meinung. Oder eine Meinung, sagen wir es nur so. Würdest du jungen Menschen die Dividendenstrategie empfehlen, fragt jemand. Ach, das ist immer die Frage, was ist denn die Dividendenstrategie? Dividenden, starkes Investment. Also auf Firmen setzen, die eine hohe Ausschüttungsquote haben. Eine hohe Ausschüttungsquote. Das sagt ja noch nicht aus, ob die Rendite hoch ist. Weil du kannst deinen ganzen Gewinn... Dann haben wir die Ausschüttungsrendite. Die Ausschüttungsrendite. Okay, eine hohe Dividendenrendite, das kann ja durchaus ein Punkt sein. Ja, wenn die Dividende, die man bekommt, dabei hilft, dass man eine Strategie durchhält. Wenn man diesen Belohnungseffekt von der Psychologie her hat, kann das durchaus sein. Man sollte diesen Belohnungseffekt eigentlich nicht übertreiben. Wenn man ausschließlich optimiert auf eine hohe kurzfristige Ausschüttungsrendite, geht das. Und das zeigen alle Studien langfristig auf Kosten des Gesamtertragers, wenn man dann sozusagen Dividende linke Tasche, rechte hat. Also das heißt, eine rein ausschüttungsbasierte Strategie, möglichst viel jetzt sofort, ist eben nicht nachhaltig. Das muss auch bei einem Unternehmen wie bei einem Baum weiter wachsen. Deswegen, wenn Dividendenstrategie grundsätzlich stärker ausgerichtet auf Kontinuität und auf Wachstum. Christian, vielen Dank für deine Zeit. Es war mir ein Vergnügen. Und dass wir uns zusammensetzen konnten. Und vielleicht wiederholen wir das nächstes Jahr. Ja, danke für eure Zeit. War schön, hier auf dem Kanal zu sein. Ich hoffe, euch hat der dritte und letzte Teil meines Interviews mit Christian Röhr gefallen. Wenn ja, gib uns doch gerne einen Daumen hoch und schreib uns in die Kommentare, wenn ihr weitere Videos mit Christian sehen wollt. Wenn ihr die ersten beiden Teile verpasst habt, solltet ihr auf jeden Fall hier klicken. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.